Von der Trinkschokoladenmarke Kaba gibt es auch Schokolade und das in drei Versionen und die probieren wir jetzt aus. Willkommen bei der Foodshow! Ja, am Vorspann habt ihr das schon gehört und gesehen. Kaba Trinkschokolade hat jetzt Schokolade. Das müssen wir ausprobieren, oder? Also, habe ich alle drei Tafeln besorgt und wir probieren natürlich alle drei Tafeln auch aus. Ich habe alle drei Tafeln zweimal besorgt, wundert euch nicht, dass es gleich heißt, ich habe das schon mal gelesen, du hast die Packung gar nicht aufgemacht. Ja, weil ich zweimal jede gekauft habe und dann eine aufmache und manche nicht. Das ist einfach einfacher so. Ja, Schokolade von Kaba. Kaba Trinkkakao. Ich weiß nicht, ob ich die früher auch getrunken habe. Nesquik, ja, Nesquik habe ich auch mal getrunken. Kaba, ich glaube meistens wirklich nur die mit Kirsch zum Anrühren oder eine Erdbeer, nicht mit Kirsch, Erdbeer. Äh, Kirsch sage ich schon. Also die mit Erdbeer. Da kann ich mich auch dran erinnern. Aber habe ich Kaba sonst gekauft? Also, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Kaba gekauft habt. Ist ja zu lange her. Jetzt hat man hier so im Regal Lindt stehen. Also Lindt oder richtig krasse Kakaosorten, die aus dem Bioladen sind, wo das ganz anders ist. Nicht wie hier mit weniger Zucker und wenn, ist es Rohrzucker, kein Traumzucker drin und solche Geschichten. Aber Kaba Schokolade. Schauen wir mal, was das kann. Gucken wir mal auf die Zutaten Nährwerte. Wir haben Milchschokolade. Also die erste Sorte. Nicht wundern, ist es so verkehrt rumgedruckt. Darum muss ich den so halten. Zucker, Kakao, Butter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Milch, Butter, Rheinfett, Emulgatoren. Aroma. Warum ist denn da Aroma drin? Hm. Ich dachte erst, die Zutaten sind gut, weil kein Palmfett und so drin ist, aber dann kommt Aroma. Hm. Ähm. 535 Kalorien. 100 Gramm hat diese Tafel hergestellt in Frankreich. Dann haben wir Keks Crunch. Also noch Milchschokolade mit Keks dabei. Also, gehen wir einmal kurz durch. Zutaten haben wir da drüben, Butter, Rheinfett, Weizenmehl, Emulgatoren, Soja, Backtriebmittel, alles okay. Aroma ist wieder drin. Auch kein Palmfett. Also es wird bisher auf Palmen verzichtet und Co. Das finde ich gut. Das Aroma finde ich, wie gesagt, ein bisschen komisch. Warum eine Schokolade Aroma braucht. 552 Kalorien, auch 100 Gramm. Wundert euch nicht, warum ich das mit den 100 Gramm so gezielt erwähne. Das mache ich hier deshalb. Denn wir haben noch die weiße Schokolade mit Erdbeeren und Brauser. Die Idee finde ich geil. Also wenn es eine geile weiße Schokolade ist, die schön schmeckt, und dann kräftiges Erdbeergeschmack rein und dann noch Brickelbrauser. Geile Idee. Weiße Schokolade mit Erdbeeren und Brauser. Ist mit Fruchtstücken, mit Erdbeermus. Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Süßmolgepulver, Erdbeermus mit Konzentrat. Erdbeersaft ist auch noch richtig drin. Zitronensaft ist drin. Geliermittel. Auch wieder Aroma, Karottensaft, Zitronentrat. Ist okay. 531 Kalorien auf 100 Gramm. Diese Tafel hat aber nur 80 Gramm. Warum auch immer. Also entweder haben sie hier gesagt, wir bringen die alle zum gleichen Preis raus, weil die kosten alle gleich. Aber weil hier ein bisschen mehr Zutaten drin sind, müssen wir die Schokolade kleiner machen oder schlanker machen um 20 Gramm, damit sich die Preis-Leistung rechnet. Oder anders, weil man sieht das ja auch ordentlich. Das ist halt nicht wenig. Das sind halt mal so ein paar Gramm. Das merkst du auch beim Anfassen sofort. Die ist viel, viel dünner, bricht viel schneller. Die fühlt sich anders an. Das finde ich schade. Natürlich, ich kann es verstehen vom finanziellen Aspekt her, aber dann macht die anderen 10 Cent teurer, damit die halt dann das gleiche Gewicht haben oder so. Aber dann müssen die Eier ja nicht so günstig im Verhältnis sein. Ich weiß den Preis aber nicht mehr. 1 Euro und ein paar zerquetschte. Also war nichts an den 2 Euro dran. Ich glaube, 1,39 Euro habe ich pro Tafel getan. 1,49 Euro. Ihr kriegt jetzt eine Nahaufnahme, guckt sie euch einmal an und dann sehen wir uns. Ja, und hier ist jetzt die Kaba-Schokolade. Hier haben wir also Milchschokolade. Auf dem Logo steht halt Kaba, so im Schriftzug einmal nach drüben gezogen. Ja, und dann ist es halt eine Milchschokolade. Hier haben wir parallel, oder parallel, die Keks-Crunch. Gleiche Schokolade, nur dass hier solche kleinen Keksstücke drin sind, die halt diesen Crunch reinhauen sollen. Und dann haben wir hier noch die weiße Erdbeer-Brause. Erdbeer kann man ganz gut sehen. Die Tafel ist natürlich dünner, weil sie ist ja auch leichter. Das, was ich schade finde, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Ja, Brause kann ich jetzt nicht erkennen. Also entweder ist die Brause eingearbeitet oder das hier könnte Brause sein, oder? Da, diese kleinen Stippen, die da so drin sind. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Ich kann leider nicht näher rangehen, ohne dass der Fokus unscharf wird. Aber das sind so kleine Punkte zu erkennen. Ich weiß nicht, wenn ich Licht draufgebe, nicht. Wenn ich sie runter mache, sehen wir die so ein bisschen. Ja, das sind die drei Sorten. Und jetzt probieren wir sie. Und da seid ihr wieder. Ja, und jetzt probieren wir sie aus. Ich bin gespannt. Wir probieren erst mal den Klassiker. Milchschokolade. Ja, es ist keine geile Milchschokolade, muss ich sagen. Konsistenz ist gut. Also ist nicht zu weich oder so, weil diese Fette fehlen. Weil es nicht mit diesen billigen Fetten gearbeitet wurde. Auch verrückt, wenn man sagt, bei einer Schokolade die Konsistenz ist gut. Aber es ist wirklich ein Unterschied, ob du billige Fette einsetzt oder ob du mit Kakaobutter und Co. arbeitest. Nach ein paar Sekunden hast du wirklich diesen Kama-Geschmack im Mund und dann wird es irgendwie komisch vom Geschmack. Und dann ist der Geschmack nicht mehr so geil. Also würde ich ihn mir nicht wieder kaufen. Es hat keine geile Schokolade vom Geschmack. Das ist das Problem. Die Schokolade schmeckt halt nicht so geil. Es schmeckt gleich nach Kama. Zutaten sind auch okay. Aber es ist schwierig. Es ist eine schwierige Schokolade, glaube ich, für den deutschen Markt. Weil wir haben ja so viel Schokolade. Und da reiht die sich nicht in den guten Reihen mit ein. Die ist so im unteren Mittelfeld, würde ich eher sagen. Ich sag mal noch, ist das zu fies? Aber zweieinhalb von fünf. Also mal wirklich jetzt so vom... Also es macht keinen Spaß, die weiter zu essen. Vielleicht ist es auch nicht mehr mein Geschmack. Vielleicht ist das auch eher an Kindergerichte, die auch die Trinkschokolade trinken und den Geschmack kennen. Und ich mag diesen Trinkschokoladengeschmack ja gar nicht mehr. Das ist bei mir weggegangen in den letzten Jahren. Und man bringt halt andere Sachen, die hochwertiger sind einfach. Wir gucken jetzt mal Keks Crunch. Mal gucken, ob die besser ist. Ob der Keks es rausreißt. Der Keks quatscht auf jeden Fall. Die Schokolade schmeckt aber auch komplett anders. Also hier ist das Kaba-Geschmack jetzt wieder weg. Hier ist es jetzt einfach nur eine... Oh, jetzt tut da... Also der hat eine gute Konsistenz, die Schokolade. Ich muss die gerade echt durchbrechen. Also ihr seht auf der Rückseite auch diese ganzen kleinen Keksstücke. Also es sind ordentlich viele drin. Ja, sie ist ein bisschen besser als die normale, muss man sagen. Es ist ein Ticken besser, aber auch kein Highlight. Nach hinten hat es... Nach hinten hat es... Ich weiß nicht, was es ist hier. Ich habe jetzt hier im Rachen so ein leichtes Säure-Kratzen-Gefühl. Also die ist ein bisschen besser. Die riecht aber nicht mehr als drei von fünf Punkten. Also die ist ein Ticken besser als die normale. Ich habe mir aber mehr erwartet. Aber da fehlt halt komplett das Kaba-Feeling. Aber als Schokolade ist sie ein bisschen besser. Das muss einmal ganz kurz in Geschmack loswerden. Und jetzt testen wir die weiße Schokolade mit Brause und Erdbeer. Oder Erdbeer und Brause. Also dass ich mich auf weiße Schokolade freue, ist selten. Aber Erdbeer und Brause, da muss man sich drauf freuen. Aber die ist echt so ultra dünn. Das ist so schade. Guck mal, wie dünn die ist. Also das ist echt schade. Ja, du musst gerade gucken, ob es wirklich Brause ist. Und dann darfst du aufhören mit Kauen in den Speichel fließen lassen. Dann hörst du wirklich das Knistern im Mund. Dieses Knistern ist so geil. Ich liebe es ja, wenn sowas beknistert. Das knistert ja hier so unten unter der Zunge, so in den Ecken. Da liegt das dann so lang und spritzelt das da ganz leicht. Ja, kann man machen. Keine gute weiße Schokolade. Das ist der Haken. Die Schokolade ist weder süß, noch ist sie irgendwie besonders von der weißen Schokolade, wie sie sie normalerweise abheben, wenn sie nicht so süß sind. Gefühlt ist die weiße Schokolade nur außenrum vorhanden. Das Erdbeergeschmack, der ist sehr, sehr natürlich. Das muss man wirklich sagen, das ist ein sehr natürlicher Erdbeergeschmack. Der ist nicht zu übertrieben und nicht zu links und rechts oder so. Der ist einfach ganz natürlich gehalten. Vielleicht manchen zu wenig, aber die Brause ist vorhanden. Von allen drei Sorten würde ich sagen, ist es eine sich vom Schokoladengeschmack die schlechteste. Vom Gesamtpaket ist sie aber wieder gut. Ich würde hier aber auch nicht mehr geben als drei von fünf Punkten, auch wenn es dieses Brausefeeling hat. Aber die Schokolade an sich, die ja die Hauptrolle spielt, ist ein Tick zu schwach. Also insgesamt alle drei okay, kann man mal essen. Wenn ich es mir aussuchen müsste oder euch empfehlen müsste, sage ich, kauft euch die beiden zum Probieren. Die andere ist, wie gesagt, ein bisschen komisch. Aber ja, das sind sie, die drei Kava-Schokoladen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim selber ausprobieren, wenn ihr sie entdeckt. Oder wenn ihr sie probiert habt, schreibt es in die Kommentare. Und ich sage jetzt nochmal vielen Dank fürs Food-Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.